4, 3, 2, 1 Also ohne BL oder mit? Dann zieht bitte oben, go go Mages, die in Okay, Schilder sind ab, der nächste Lippe, so rund Sehr schön, wenn das so stellt, sehr gut Schilder sind weg, tief sie nebenher, macht Post Damage KS kann untermochen, gekillt her Ich nehme hier auf Seen den Wraven auf Torz, sobald du kannst, hier nur perfekt Dann werde ich jeden und Der hat jetzt beide Eads Also das eine ist schon da Das andere kommt gleich Mach ma bitte Schaden Nächstes Ad ist da Also müsst ihr zu euch kommen Gehebe es oben Nächste Welle bei uns Leute, Mond und Stern jetzt. Kein Cast mehr unterbrechen. Nicht außen stehen mit dem Cast. Pass auf, wir kriegen eine Wave. Nicht heilen. Ja, Steffler. Gleich kann man den Pass von der Preseason kriegen. Sehr schön. Warum wird dann denken ernst, warum ist es dann, die jetzt wieder hochkommt? Klasse, bis in die Heile. Hint mal bitte um die eine Preseason, sodass wir eingepasst. Wenige haben und anders. Sollen sie können bis jetzt machen? Vorher war es klar. Äh, reine oder mehr. Oder eigentlich. Pass auf, Tempred auf, der kommt jetzt runter, Gogo. Der nächste, bitte mit dem Cast zur Wurlaufen. Sind zwei Schilder. Sehr gut. Und wieder zu den Mord. Kreis kann gekillt werden. Wir haben Ads oben. Kleine Ads. Mach die Kleinen zuerst. Jesu, Grim. Grim, der nicht geht. Schilder. Oh, schön kleben oben. Kommt jetzt gerade nur nicht näher ran. So, erstes ist da. Muss auch. Kein Cast. Unterweich. Breeze oben tot, sehr schön. Boss damage low. Auslassen. Ja, ja, ja. Der Cast. Kann jetzt noch starten. Ja, ja. Ist schon der Weißbitter. Sehr schön. Der Soffit Finger away. Okay, sehr schön. Okay, das ist schon mal. Alles geplägt, ja. Die werden. Soffit Wave hoch. Mach die Priesterin unten. Den Kopf hin auf. Der ist unten. Wo, 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 wo. Mach die Priesterin unten. Da oben. Den Kopf hin auf. Nee. 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 Wart mal bitte oben. Die eine Priesterin, ey. So. Fast. Trotz mal die ganzen Reichen. Cross damage. Er schmet. Raw enlauft. Der nächste bitte einmal zu Raw laufen. Wenn der Nischig geht dahin, dem auch nicht zu Ende. Leg doch die bitte hinterm Boss ab Kreis, keine killen zu werden Kreis, schnell bitte killen Ihr braucht nicht mehr zur Uhr zu laufen Geht's? Alter! Bekommt jetzt, bekommt jetzt ein Add, macht Boss Damage oben 3% fehlen noch, go go, dann sind wir auf der safen Seite Der Stern ist für mich oben Der Stern ist runtergebracht, ja so Der Stern, go Der Stern Oben die Adds, oben nur die Adds fokussen Macht mal den Priest oben bitte Oh, da kommt noch eine dazu Da kommt gleich noch eine Macht nur die Priests Necrobindingshot liegt Ja, nee, ist alles gut Einfach ordentlich eskalieren Müsst du den Boss zu trocken? Nein, kann ich das Wasser wechseln Ich hab den noch nicht Höher, aber bitte nehmt mir die Priests ab Rein, oben rein Ich muss... Ich muss gleich machen, oder? Hürtet mir mal, bitte dann die oben Ja, bin schon dabei Im Kickloch Hab ihn, hab ihn Herstiu Bild, Volt, ab Run oben, ran 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 Du kannst ziehen Bitte die Priests noch zu Ende oben Runden ran Ups Kann ich nehmen wieder? Ja, kannst du. Wir machen in der Zeit ein Schadentier auf das RT. Wir laufen in der bosnischen Kajak. Ran, 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 ran. Mach den anderen Mob. Mach den zu Ende. Und um Handleiter. Der CD ist. Ich glaube es vielleicht so. Wir werden bitte nicht weg in dem gezogen Bein. Ich war schon. Rein. Passt auf die Wave-Hopper. Da ist wieder unten dran, Leute. Unten ran, zu dem Hand. Haut bitte den ersten Boss um. Der. Wir haben nicht mehr. Wir haben ein Konzentrum. Einfach ruhig weiter spielen. Oh, Punkt. Ja, danke. Ich hab ihn. Unten rein. Boden weg. Kommt 300 Euro. Hab ihn getauntet. Passt auf die Wave auf. Alter. Ja. Passt auf. Ja, ich hab... Extendet auf Neko noch. Jetzt. Ja, jetzt. Darum geht. Ich hab ihn. Neko, taunte mal gleich. Wenn du erst wieder, äh... Erst wenn du den Castl ankommst. Nein, Leute. Der hat... Gehötet ihn. Der ist... Tja. Taunt noch mal. Mich kriegt keiner im Damage. Sehr schön, Leute. Super. Sehr schön. Klasse, Leute. Der... Sehr gut gemacht. Tschau.